Der bappt irgendwie, oder so, oder keine Ahnung, und dann fließt er nicht mehr richtig durch? Hä? Da kann doch gar keine Flüssigkeit reinkommen, das ist doch totales Glas! Hat jemand vergessen, seine Tür zuzumachen? Willst du mich verarschen? Ist der deppert? Na gut, okay, mit dem Knochenhauer kommst du da nicht rein, scheiße. Pfeil im Bogen? Auch nicht. Du brauchst schon ne Metallspitzacke. Du musst auch fleißig am Lootenton hier, oder? Oh, ein Schwein! Geil, da kommst du endlich mal nen Ofen bauen! Wie, ich hatte nur einen Fall dabei. Ach, leck mich doch. Ja, du kannst ja mal gleich mal fragen. Nee, ich steh gerade nicht so auf, äh... Nee, der gibt's noch weiter gewesen. Blonde Informatiker? Ja. Ich nicht. Wir lernen auch die ganze Zeit. Wie ein Saras, Saras Tagebuch Traummann Beschreibung. Vor etlichen Jahren. Ich bin blonden Informatiker. Ja. Manchmal hat sich jemanden Intelligenten gesucht. Daneben. Ich, äh... Also ich meinte gerade bei dem Schwein, ne? Was da? Äh... Das kam jetzt blöd hin, die Wortmahl! Raw Pork? Radio Aktivitätsscheiße hier. Alter, wir haben genug Animal Fett, Leute. Jetzt können wir mal so ordentlich einen drauf machen. Verstehst du, jetzt machen wir so Bäm und so, ne? Oh, fuck! Nein, ich wurde über den Haufen geschossen. Nein! 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 Dieses Spiel... Ach, leg mich doch! Niemals leichter sein. Dieses Spiel ist scheiße! Komm, scham. Schwer. Dieses Spiel kann mich mal kreuzweise. Dieses Spiel, ich hole was zu trinken.